Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Manga's. Es wird wieder Zeit, Intrigen zu schmieden, Messer zu schärfen und am Ende als allerletzter Überlebender ein Lächeln im Gesicht zu haben. Was heute alles so passiert ist, seht ihr jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß. So, cool. Erste Runde gut gemacht, geholt. Jetzt habe ich Tars, aber nicht hier. Ja, es gibt einiges, was jetzt passiert ist. Also, das erste Mal habe ich seit langem mal wieder eine gute Runde gehabt als Schakal. Ja, das war es schon auch. Achso, Capco ist wieder da. Ich wollte gar nicht wenden. Ich wollte doch die Tars machen, ich Idiot. Okay. Äh, B2. Wirft dabei weg. Stone content. Das ist ein Killer. Was kann ich hier? Caramel. Trixie, Stone, Icebox? Hm, nee, komm. Okay, lass's. Ich wäre zwar auf 6 gegangen, aber... Ich wollte meine Pflanze noch gießen. Wie süß ist bitte Stone mit der Schnecke, die größer ist als er. Ich fand die Mini-Fledermost-Trixie letzte Runde auch gut. Was für eine Schnecke, ist das ein Pet, oder? Ja, wahrscheinlich. Ganz oben rechts, Baumraum. Oh, Nora ist auch tot und wurde gegessen oder gecleaned. Nee, es gibt keinen Kina, es gibt keinen Kina. Dann wurde sie gegessen. Dann wurde sie genommen. Die Camouflage gibt's immer noch. Yummy, yummy, yummy. Kurz, weil gefragt wurde, ich will anfangen. Ich war in, ähm, in, äh, in Etna, also bei der Karte und jemand ist bei mir reingekommen. Aber ich weiß nicht, wer aber natürlich Camo war. Ich? Beim ersten, beim ersten Camo war ich, ähm... Ich war's. Äh, ich war's. Also beim ersten Camo. Beim ersten Camo war ich im Atmen drin, da waren wir zu dritt. Ja, da war ich auch drin, ja. Ah, okay. Siehste, ich dachte, Lavita wär... Snacksy gewesen. Hahahaha. Upsi. Beim, beim ersten, beim ersten Camo war ich, glaub ich, in Decontamination und jetzt gerade beim zweiten, äh, beim zweiten Camo war ich mit Trixi, glaub ich, zusammen an Estroids. Ja. Pärt euch was auf? Ich will nicht starten damit, aber keiner sagt, dass Capco bei ihm war. Hahahaha. Wer soll das denn? Äh, Capco hat am Anfang der Runde das Licht gefixt. Genau, ich hab das Licht gefixt, dann ging... Mehr hab ich von ihm auch nicht gesehen. Mehr wollte ich ja dieses Mal. Sonst mit Snacksy hab ich noch viel gemacht. Ich skippe. Ich skippe. Wir waren zusammen ein bisschen unter dem Y, unter dem Y. Genau, ich, äh, nach dem ersten Camo hab ich Snacksy noch getroffen, bin dann ganz alleine. Bitte wart ihr noch mal? Also bei diesen, äh, Sensor, wo du hin und her gehst, da war ich zum Beispiel und, äh, dann bin ich ein bisschen Mad Bay gegangen mit Capco zusammen. Okay, du hast nicht gesagt unter den Möpsen. Was? Nein, Ypsilon. Ich hab nicht gesagt unter den Möpsen. Unter den Möpsen. Unter den Möpsen, hab ich gesagt. Hat den glaub ich nicht. Unter den Y. Hä? Mir ist grad, mir ist grad noch ein Gefallen, Frigo kann nicht so lange tot sein, weil der ist noch mit mir aus Reaktor rausgekommen. Aus Deacon. Also der ist maximal, äh, 20 Sekunden oder so tot. Gar nicht lang. Ich bin jetzt jedenfalls oben und da es liegt gar keiner. Aber meint Mashi nicht, der ist schon, da muss er ja gerade erst immer von seinem Greenhouse. Also ein paar Sekunden schon. Ein paar Sekunden liegt das safe schon. Ich hab noch nicht mehr vor den Kacke, der ist tot. Also Storm war auch unten in Cafeteria. Äh, nö. Ja, ich war auch, auch da in Cafeteria. Seid auch nicht so offen, wie ich bin erst der Welt 2. Storm sagt, er wäre nicht in Cafeteria gewesen, aber... Ich kann nicht schreiben, ey. Und so. Hab ich Schild bekommen? Nein. Sadly said. Teleporter. Wahrscheinlich... Oben bestimmt. Capcom. Da waren die Kabel. Wir wollen die Kabel sch accommodations machen. So. Check. Gahle. Was ist das nächste, also Stone ist ein Guder. Stone ist ein Guder. Ich glaube, ich hör mir das auch nichts. Ähm, ähm. Arme, trägst du sie. Ähm. Ich bin einigermaßen verwirrt. Okay, also Carol liegt auf dem Teleporter und zwar vor der Admin-Karte. Was ist denn Teleporter? Es gibt so einen Teleporter, den kann der Portal-Maker setzen. Da kann sich jeder, außer der die Anti-TP-Rolle hat. Ah, okay. Die Anti-TP kann das auch. Die Anti-TP, der bleibt beim Meeting stehen. Oh Gott, ich bin schon viel zu lange raus. Ja, ich weiß, mein Goal, die Runde einfach nur als Portal zu nutzen. Ich habe es so lange gesucht und habe es endlich gefunden, nachdem ich meine Tage am Anfang fällig gemacht habe. Wurde wieder jemand gegessen? Irgendwer hat sich kurz... Hm? Wurde wieder jemand gegessen? Nein, ich weiß, wie die an. Wir beide gefunden. Wir beide gefunden. Trixie und Carol waren beide angezeigt. Aber kurz davor hat sich jemand tippet, aber der hat Carol meines Wissens nicht umgebracht. Das war, glaub ich, Eis. Ich habe es vergessen. Ich bin, glaub ich, ein bisschen lost. Naja, ich war mit Carol... Ich und Carol waren zusammen in Admin. Ich bin ein Stückchen vor ihr teleportet. Und ich glaube, du kamst gerade raus aus dem Teleporter. Ich weiß gerade nicht. Ja, genau. Ich habe mich gefreut. Ich bin so ein bisschen hinterher getanzt, weil ich das erste Mal mal den Teleporter benutzt habe. Also ich weiß es nicht, wie es in Lavita geht oder Stone geht. Irgendwie habe ich die beiden die ganze Zeit fast immer nur irgendwie gesehen. Und würde ich damit fast schon endlich hier rausnehmen wollen. Das heißt, es sind nur noch drei andere. Wenn da noch zwei Killer dabei sind und da ist immer noch Capco da. Ich hätte mir halt wirklich... Wir haben uns aber auch gesehen in dieser Runde. Ja, aber ich wollte dich nicht sehen. Du bist doch aus den Dingsbums raus. Ja, ich dich auch nicht. Du bleibst doch der Trenn. Aber Leute, die zweite Leiche lag genau unterhalb von der Decon. Und das heißt? Genau. Capco. Ich wollte auch gerade reporten. Genau, SexyWort ist... Auf welchem Ende von den Polen hast du eine Leiche gefunden? Also nicht unten am Start, sondern wenn du im Prinzip an der Karte stehst und aus dem Raum rausgehst, direkt da ist es total. Einige Nürnens oder nicht? Einige wie uns? Weil wir müssen jetzt voten. Ja. Gut, dann Capco. Kurz in Frage, ich glaube auch, dass es Labitha nicht ist. Stone ist es für mich auch nicht. Der war Minion und hätte schon längst töten können. Kacke, wir haben keine Zeit mehr, ne? Scheiße. Das würde ich auch nicht mehr. Ich glaube, ich glaube, ich glaube... Wer denn jetzt... Na, dich! Wieso nicht? Was? Ausflüsse fahren. Herzlich willkommen zurück Capco. Ein Jahr ist vergangen und es ist immer noch das selbe. Ja, super. Ja, Gedanken kommt mit Gedanken und so. Was zeigt mir das an? Ich glaube, es ist richtig. Es ist gut, dass ich kann noch... Ähm... Ich weiß nicht, wo es Telepott habe ich noch nicht gesehen. Ich glaube, es ist wahrscheinlich der zweite. Hm, Icebox kann es auch sein. Wo Icebox halt mit... Snacks, die gut geredet hat... Können beide auch noch sein. Stone ist es nicht. Spielt mir zu ruhig. Hm. Ja, doch. Schon gut. Ich glaube, er hat auch, ähm... Capco Frigo als erstes getötet. Die Lovitas, Dawn, sind alles beide. Warte, ich teleportiere mal. Äh. Na gut. Jetzt kommt es da oben hin. Ich kann ja wenden. Snacksie. Ich würde aber nicht gern wenden wollen. So, Tars, wo ist das, was, äh... Crewmate-mäßig am Safen ist. Ja. Cool. Ah, scheinbar, ich werde gucken, wie ich als nächstes mir hole. Ah, toll. Können wir mal darüber reden, dass ich mich gemobbt fühle? Ich bin Trapper. Ich stelle eine Palle auf. Werde zum Zeitgek geschossen. Werde getötet. Werde aufgegessen. Weißt du, wie viel trainiert diese Runde war? Ja, perfekte Runde, würde ich sagen. Das war es auch schon wieder mit dieser Folge. Seid aber auch beim nächsten Mal dabei, wenn es heißt, wenden, killen und niederschnetzeln. Tschüss, bis dann. Ich bin Jersheda und Jersheda.